Papa? Ja? Wir müssen mal reden. Hä? Deine Mama... Ja, deine Mama ist hier, isst bei uns, schläft bei uns, geht bei uns auf Toilette. Wann zahlt sie mal Miete? Bist du bescheuert? Wann gibt sie mal Geld dazu? Das ist deine Oma. Ja? Trotzdem... Was stimmt denn mit ihr nicht? Auch ich will es nicht. Wen soll sie denn Geld geben? Mir. Was stimmt mit ihm nicht? Du kannst ihn doch lernen. Ich brauche Geld. Schweigefuchs. Pssst. Da geht so. Alter! So! Pssst! Geh zu, dass du Land gewinnst jetzt. Nein. Geld. Ach nee, von... Seine Kohl ist gleich noch in Ordnung? Ja. Bleib nicht mehr. Abrella! Das ist Geld von dir. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Das gehört? Also raus hier! Du! Raus! Nein! Ausländer. Hey! Ich bin Ausländer. Ich habe überhaupt nichts. Was ist das? Okay. Aber Geld von dir... Ich weiß. Ich weiß. Ich bin ruhig. Aber ich habe... Und vor allem benutzt du auch noch das Licht für deine Kreuzfahrt. Ja. Und sogar unseren Tisch und unsere Stühle. Ah nein. Das geht doch nicht, ne? Das geht nicht. Wir sehen uns morgen wieder. Ich bin... Vielen Dank.